Tja, willkommen zu einem neuen Review auf meinem Kanal. Heute haben wir Love Letters to the Dead von Ava Dallara. Ja, Love Letters to the Dead ist ein wenig was anderes auf diesem Kanal hier. Denn erstmal ist es kein englisches Buch wie bisher. Zweitens ist es, auch wenn der Titel es so vermuten lässt, eventuell kein Fantasy-Buch. Love Letters to the Dead. Es ist ein, ich würde nicht sagen eine Romanze, es ist zeitgenössische Literatur. Oder wie auch immer man es denn bezeichnen will. Das Buch ist, ich glaube 2016, erstmal auf Deutsch erschienen. Und dieses Jahr ist es dann auch als Taschenbuch erschienen. 2016 als Hardcover, 2017 im Januar als Taschenbuch. Da habe ich es dann zufällig kurz nach Release gekauft. Das habe ich ja auch in meinem Manfleet-Nerd-Loot einmal kurz vorgestellt. Der einzige Grund, weswegen ich das Buch gekauft habe, war dann tatsächlich der Titel. Ich meine, Love Letters to the Dead. Das weckt das Interesse. Müsst ihr zugeben. Und ja, ich habe die Beschreibung durchgelesen und die werde ich euch nicht vorlesen, denn die Beschreibung enthält Spoiler. Ich werde es selbst für euch zusammenfassen. Also, die Hauptfigur Laurel kommt auf eine neue Highschool. Dort lernt sie eventuell neue Freunde kennen. Allerdings bekommt sie in einer ihrer ersten Englischstunden eine Hausaufgabe auf. Sie soll einen Brief an eine tote Persönlichkeit schreiben. Sie wählt Kurt Cobain, weil das der Lieblingssänger ihrer kürzlich verstorbenen Schwester May war. Ja, und das Chaos nimmt seinen Lauf, wenn man das nun so sagen kann. Nein, Quatsch. Also, bis hierhin und nicht weiter. Dieses, also doch, noch ein bisschen weiter, denn diese simple Hausaufgabe entwickelt sich dann zu einem Hobby von May, das sie regelmäßig ausübt. Sie schreibt andere tote Persönlichkeiten an, wie Janis Joplin oder Amy Winehouse. Die haben alle Musik gemacht, im Übrigen, die Persönlichkeiten, und erzählt ein wenig über ihr Leben. Und nach und nach erfährt man auch so, was eigentlich mit May passiert ist. Und in dem Sinne fand ich das Buch wirklich, also es hat eine sehr interessante Prämisse. Was ich allerdings nicht von dem Buch erwartet habe, war, dass es tatsächlich nur aus Briefen besteht. Ich habe, als ich das Buch gekauft und gelesen habe, gedacht, dass diese Briefe nur erstmal ein begleitendes Stilmittel mehr oder weniger sind. Dass irgendein Zeug passiert und dann am Ende des Tages schreibt Laurel dem Kurt Cobain oder dem Michael Jackson. Oder Michael Jackson kam interessanterweise nicht hier vor, ein Brief, was so passiert ist. Aber nein, dieses Buch besteht nur aus Briefen. Keine Ahnung, 50 Stück oder so sind es. Das Buch hat 400 Seiten, dementsprechend sind da so einige Sachen drin. Also ich fand, das Buch hat eine wirklich sehr interessante und gut umgesetzte Idee. Ich fand, man konnte sich gut in die Protagonisten hereinversetzen, auch wenn es ein bisschen so Klischee, so ein bisschen in dieses Highschool-Dramen-Klischee abgerutscht ist. Von dem natürlich verliebt Laurel sich in irgendeinen Typen und dann ist da Drama, weil er sie dann, also er betrügt sie nicht, aber er weist sie dann irgendwie ab und sowas. Achtung, Spoiler übrigens. Das fand ich eher weniger gut, aber was ich dafür gut fand, war, dass es tatsächlich LGBT-Charaktere hier drin gab. Also immerhin, die waren präsent. Das Buch geht im Grunde über den Zeitraum von einem ganzen Schuljahr. Da wird halt erzählt, was Laurel so macht und wie sie auch mit dem Verlust ihrer Schwester umgeht, ihre angespannten Familienverhältnisse. Und in dem Sinne fand ich das ziemlich, es war ziemlich gut zu lesen und auch sehr realistisch. Und diese Sache, dass dieses Buch nur aus Briefen besteht, hat es nochmal einiges interessanter gemacht, muss man sagen. Nun gut, kommen wir als nächstes zu den Charakteren. Neben Laurel hätten wir eigentlich nur Sky, ihre große Liebe. Im Grunde war das Liebe auf den ersten Blick, das war ziemlich dumm. Sie hat den Typen einfach so in der Cafeteria gesehen und dachte sich so, hm, das sieht heiß aus. Dann kommen die irgendwann zufällig zusammen, weil ich weiß nicht mal mehr wieso, ich hab's vergessen. Es war auch nicht sonderlich wichtig. Dann hätten wir noch Hannah und Natalie, ihre beiden besten Freundinnen im Laufe des Buches. Und ihre Tante May sowie ihren Vater, dessen Namen ich vergessen habe, wurde der erwähnt? Ja, Laurel als Protagonistin, sie hat einiges durchgemacht im Leben, muss man so sagen. Und sie hat einige sehr kranke Sachen mit ihrer Schwester gemacht. Sie haben zum Beispiel gespielt, dass sie sich auf die Straße legen, warten bis ein Auto kommt und dann sich in letzter Sekunde wegrollen. Und ich dachte mir so, was sind das nur für kranke Kinder eigentlich? Aber gleichzeitig hat, fand ich das immer wieder schön, immer wieder hat sie, sie hat nur mit Kurt Cobain über ihre Schwester geschrieben, glaube ich. Ich fand es interessant zu erfahren, wie die Kindheit von den beiden war und die Beziehung von den beiden. Sie standen sich wirklich sehr nah und im Laufe der Zeit merkt man auch, das merkt man auch nach dem Tod noch, dass sie zum Beispiel versucht, May zu kopieren, da Laurel May immer bewundert hat und sie quasi als Vorbild gesehen hat. Immer wieder geht sie in ihr Zimmer, liegt auf ihrem Bett, hört ihre CDs an oder trägt ihre Kleidung und sowas. Und das fand ich schon fast ein bisschen, ja, krank im Kopf, muss man sagen. Ja, Hannah und Natalie sind erstmal so die ganz üblichen Highschool-Freundinnen. Sie machen immer wieder mal was, sie trinken gelegentlich mal, auch während der Schulzeit. Letzten Endes stellt sich aber heraus, dass Natalie war es, glaube ich, in Hannah verliebt war. Bin mir nicht sicher, tut mir leid, schlag mich nicht. Ist schon ein paar Wochen her, seit ich das Buch gelesen habe. Und Hannah allerdings immer wieder irgendwelche Typen hat, mit denen sie irgendwas am Laufen hat halt. Natalie ist in Hannah verliebt und Hannah weiß davon auch, aber sie versteckt sich quasi davor, könnte man schon fast sagen. Und das fand ich am interessantesten zu beobachten, was mit den beiden so los war. Kommen wir nun zu Tante May und dem Vater von Laurel. Der Vater von Laurel, ja, man könnte eventuell meinen, er wäre depressiv, seine Frau hat ihn Jahre zuvor verlassen. Mit ihr telefoniert Laurel auch noch von Zeit zu Zeit. Und natürlich ist seine Tochter gestorben, seine Älteste. Deswegen, man sieht leider nicht viel von ihm. Er versucht immer wieder, ja, etwas Familiäres zu machen in dem Sinne. Und Laurel weiß es auch sehr zu schätzen, aber ja, sie ist meistblickt so in der Stimmung, da sie einfach total am Arsch ist, muss man schon fast sagen. Und Tante May ist ein sehr spezieller Fall. Also es ist so, dass jede Woche Laurel zwischen ihrem Vater und Tante May hin und her wechselt. Also sie wohnt eine Woche bei ihrem Vater und dann wieder bei Tante May. Tante May ist in dem Sinne sehr speziell, da sie sehr christlich ist. Und ich weiß, sie hat irgendwas gesagt von wegen so, als Laurel zum Schulball wollte. Ja, wenn du mit einem Jungen tanzt, achte darauf, dass zwischen euch immer genug Platz für den Heiligen Geist ist. Ich bin kein sehr religiöser Mensch, aber das fand ich wirklich sehr lustig mit anzulesen. Genau. Und auch wenn Tante May einem erstmal ziemlich seltsam erscheint, merkt man dann eigentlich ziemlich, dass sie Laurel sehr lieb hat. Und dass sie sich um sie sorgt. Und Laurel hat allerdings ihre Geheimnisse etwa, also natürlich Abstinenz und sowas, christlich. Und als Laurel dann mit Sky zusammen war. Hat sie das ihrer Tante verschwiegen. Und das fand ich dann ein bisschen... Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es ist verständlich, dass sie es Tante May verschwiegen hat. Weil sie nicht davon begeistert wäre und sie dann dazu genötigt hätte, mit ihm Schluss zu machen. Allerdings, letzten Endes hat sie dann reinen Tisch gemacht. Und das fand ich dann auch sehr gut. Ich würde sagen, kommen wir jetzt zum Ende damit, mit diesem Review. Dieses Buch... Ich finde, es ist wirklich ein einzigartiges Erlebnis. Es ist alleine der Erzählweise, dass Laurel eben die Briefe an die verstorbenen Persönlichkeiten schreibt. Das fand ich wirklich super. Also eine super Idee. Letzten Endes die Charaktere. Ich fand das immer ein wenig seltsam, gerade mit Sky. Ich konnte Sky absolut nicht leiden. Er hat einfach nur genervt und ich fand ihn seltsam. Und er war so dieser Sunny Boy, auf dem alle stehen. Und vor allem das Ende. Also man durchlebt im Grunde ein Schuljahr mit Laurel. Man liest ihre Briefe an die verstorbenen Persönlichkeiten. Kommt ans Ende des Schuljahres. Und das Ende hat aber ein besonderes Highlight drin. Aber das will ich euch noch nicht verraten. Das könnt ihr euch eventuell schon denken. Dieses Highlight steht übrigens... Also das Ende. Wirklich, das Ende steht auf der Buchrückseite drauf. Das Ende wird einfach gespoilt. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir so... Wann haben wir mich gerade vom Ende gespoilt? Wollen die mich verarschen? Und es war wirklich so. Es war dann wirklich das Ende. Fand ich ein bisschen schade, dass die das so verkackt haben in dem Sinne. Das Buch könnt ihr euch beim CBT-Verlag kaufen. Seht ihr hier CBT für 10 Euro im Taschenbuchformat. Und 17 Euro, glaube ich, Mordkaberformat. Schaut da mal rein. Denn es ist halt ein wenig... Es ist halt eine Romanze. Es ist nicht für jedermann was. Da es halt einfach nur diese zeitgemäßische Literatur ist. Ich hasse diesen Begriff. Ich finde Contemporary klingt viel besser. Ich bin ein englischer Mensch. Deswegen habe ich auch ziemlich viele englische Bücher in meinem Regal. Es ist ziemlich gut. Es kam ziemlich überraschend. Vor allem, weil es einfach nur ein Spontankauf war. Aber ihr solltet da mal reinschauen. Es hat halt keine Fantasy-Elemente drin. Auch wenn der Titel eventuell so klingt. Aber ich fand das Buch wirklich sehr gut. Meine Empfehlung habt ihr davon. Ich würde sagen... Ja, ich würde schon sagen, so 9 von 10 Sterne. Es war wirklich... Es hat ein paar Fehler, muss ich sagen. Und eine kleine Kritik geben an der deutschen Veröffentlichung. Das... Das Ende gespoilt wurde. Die Charaktere waren nicht unbedingt das Grüne vom Ei. Aber letzten Endes fand ich die Geschichte echt schön mit anzusehen, wie Laurel den Tod ihrer Schwester verarbeiten will. Von dem her... Empfehlung, ja, kauft es euch. Es ist gut. So, und das war's jetzt hier mit diesem Review. Dort oben findet ihr mein Manga-Regal. Und dort findet ihr das letzte Video. Das waren ein paar Animes, die niemand außer mir so wirklich mag. Ich bedanke mich für euer Ansehen. Däumchen wären Träumchen. Abonnieren nicht vergessen. Und tschüss!